So. Moin. Servus. Es geht ab. Sohle rundenzocken. Auf und schon. Unser Lieblingsort, oder meine R gesagt. Team B-Stacks. Ehre an diesem Ort. Hat er so fett wie noch nie gemacht. Zum Prinzip her habe ich jetzt nur eine Mission, und zwar, ähm, ja, Eliminierung mit Maschinenpistolen. Wäre ja gleich machen wahrscheinlich, weil hier gerade welche sind. Da kommt er zu mir hier. Wo ist denn der? Ist angelesert. Fahre ich den erstmal rein. Irgendwo war noch einer. Ich habe den ja angefickt gerade, aber... Oha. Schwunggeräusche. Der ist im Wasser. Na dann. Gut, der war ja gerade. Das war der erste Kill. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann mal jetzt hinten durch. Oha. Oben auf dem Berg war einer. Der läuft auch dazu einen Weg. Was soll ich mal sagen? Alter. Ja. Ja. 650 Leben. Absolut krank. Ich glaube das sind die Handlanger hier. Ich glaube das war ein Handlanger. Ich hoffe das war ein Handlanger. Wenn nicht aber jetzt ein Gegner am Rücken. Da vorne gerade einer? Ja da vorne ist einer. Ich versuche mal so zu laufen, dass er mich nicht sehen kann. Okay er ist lost. Ah, der Kingsman. ha lost der typ und was hat er zu gutes dabei nichts soweit ok außer dem Kingsman hat da ja nichts geiles dabei einen Kingsman brauche ich nicht ich könnte ihn jetzt puffen jetzt war ein Puschen von hinten Digger da 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 Yo man, geil. Ja, warum springt er hier hin? Ja, warum springt er hin? Die werden mir nicht verletzt. Die werden mir nicht verletzt. Wie hat das denn hier getroffen? Ich habe keine Hilfe auf mir, ne? Ich habe keine Hilfe auf mir, ne? Na, was haben wir hier für eine Waffe? Na, was ist denn? Na, was ist denn? Da wird besser als gar nichts. So, schnell hier fertig looten und dann pushe ich rüber. Ich hole mir den Typen da weg. Und dann habe ich da einfach nur... Perfekt. Ich habe ja schon einen Top 15 hier. Ach, Helikopter. Gehe ich da hin? Da... Ich werde einfach nur drücken, ne? Glaube ich. Da kommt einer hin. Soll ich hier drauf eigentlich? Oh, lol. Wie lange angezeigt wird dieses Ding. Der ist schon runtergekommen. Den weiß ich anscheinend wohl keiner. Danke. Komm, nee. Der ist schon runtergekommen. Soll ich auch hin? Ich bin sehr knapp mit denen. Da ist der So, ein bisschen Leben abgezogen Jetzt wechsel ich meine Posi Dann erwartet er das nämlich nicht Ich weiß nicht, ob er mich jetzt pushen Ich will jetzt auch mal ein Glück hier nicht gerade herausfordern Dass ich wieder in einer guten Position bin Na, kommt er mich holen? Pusht er? Er pusht nicht Er lädt sich auf Er ist nicht weiter Dann ist er nämlich mich jetzt pushen gegangen Oh, der ist Der wird mich gleich überraschen Ich bin Ich glaube, ich halte mich da ein bisschen raus. Geh einfach hier in die Zone rein und ignorier den Kack da oben. Oh, awesome. Okay. Oh, Mann, ey. Lust! Ja, das ist doch wieder so absolute Abfallgegner, Alter. Eine Runde spiele ich noch. Ja, guckt euch das mal an, ey. Okay. 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 Wenn die zwei streiten freut sich der dritte Lui. Ich hab das da runtergesprungen gerade Ich bin mir jetzt nicht so 1000% sicher Aber ich glaube Ja man Hä? Er hatte nicht mal Deadpuls Waffe? Er hatte nicht mal Deadpuls Waffe Wo sind sein Heli runtergegangen? Wo ist denn denn Heli? Hä? Bin ich doof? Wo ist denn der? Ach da rum Ja gut macht Sinn bei der Höhe Oh Alter ich werde fast runtergefallen Was ist da einer? Tatsächlich Der Laser Aber hier war einer Das ist jetzt so eine kritische Situation Weil hier war einer Also hier ist irgendwo einer Na gut da ist der Scheiß-Stuff Alle Angst wegen der Zone Ja da ist einer Da ist einer Das ist andere Lasern Taktische Taktische Ich bin bis zu viel Geld auch gut gebrauchen Und Raketenwerfer Weiß ich gar nicht Ich gucke mal was sehr viel Loot hatte Und dann gehe ich nochmal zurück Ah da Perfekt Perfekt Oh ha Also, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffentlich hat es euch gefallen, lasst ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat, würde mich unterstützen und wir sehen uns dann im nächsten Stream, schrieg ich Video, also haut rein.